Ein lokales Dessert, das es nur in Mersin gibt. Geserje. Die Geserje, von der angenommen wird, dass sie aus der arabischen Kultur stammt, wird als leichtes Dessert mit Karotten als Rohstoff serviert. Dieses einzigartige Dessert, das Lokman Hekim seinen Patienten zur Heilung vorschlägt, hat einen wichtigen Platz unter den kulturellen Werten von Mersin. Eine Tradition, die den Mund mit ihren drei Sorten versüßt. Walnuss, Haselnuss und Pistazie. Geserje. Geserje. Vielen Dank.